Tja, was soll was tun? Was? Pur? Dahin hat sich jemand Pur gewünscht. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Schleckerei In der Weihnachtsbäckerei In der Weihnachtsbäckerei Das ist der Weg und den Lachen Es wird manche Schleckerei In der Weihnachtsbäckerei In der Weihnachtsbäckerei Und das wird's abgebunden In der Weihnachtsbäckerei Wo ist das, dass wir drieben Von den Pläschchen, die wir trieben Der hat das Rezept verschleppt. Verschleppt! Ich hasse es, wenn ich verstehe. Das heißt verschleppt, hast du gut verstehe? Das heißt verschleppt. Rezept verschleppt. Das heißt Rezept. Okay, warte. Nein, die Chance ist vorbei. Äh... Ja, dann müssen wir es packen. Einfach frei nach draußen. Warte, lass die Öffen an. Warte! In der Weihnachtsbäckerei. Geht so lecker. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In den Kürzen schwirmpelt sie. In der Weihnachtsbäckerei. Schön hab wie ein tro Ich bin voll Ich bin nicht so ein Erdecker. Irgendwas mit Verrührung kommt. Alles unter mich und jedem verrühren. Wir können euch noch mal probieren. Und dann kommt das ein... Ist das die richtige Stelle? Für die drei? Elfte Stück. In der Leckerei. Gibt es manche Kleckerei. Zwischen Mehl und Milch machte mancher Kind. Eine liebe große Trinke in der Weihnachtsbäckerei. In der Leckerei. Wundervoll! Ich sehe so, wie ich euch kann erarbeiten. Laterne, Laterne. Dann auf mein Licht, aber nur meine liebe Laterne. Laterne, Laterne. Vorne, Mond und Sterne. Da haben wir es auch noch ein bisschen. Ich liebe Weihnachtsbäckerei. ... ... ... Vielen Dank.